So. Doch Goran, doch Goran. Goran, wir fahren jetzt Picknicken. Picknicken. Es ist 7 Uhr oder so. Ich hab die Augen noch auf halb vier. Mach die Kamera bitte aus. Ne Dominik, ich muss noch ein Video drehen. Ein Video, was ist denn mit der Ursula? Ja. Die Ursula ist bei Meckes. Der Goran hat sich auf Meckes gefreut. Der Goran hat eine Brille auf und den Mängel. Jetzt müssen wir links oder so. Das ist Wahnsinn. Da ist das Tagelicht. Ich krieg die Augen verbrannt. Wiener, du bist auf einmal so kurz dahinter. Ja, ich beobachte das. Wiener! Goran! Wau! Wau, Goran, das ist ja ein Teil geworden in das Kaff. Du jäckig Fudloch. Du jäckig Fudloch. Was ist das? Das ist eine Ford-Kar. Eine Ford-Kar. Ja. Wie spät ist es jetzt vor Unischal? Sieben Uhr oder so? Siebzig. Siebzig. Siebzig Uhr in Deutschland. Zeit für Knoppos. Dominik. Knoppos. Das ist der Frühstück für die Mahlzeit. Um siebzig. So, wir waren gerade alles bei der... Alles. Alles. Wir waren alles bei der Alles. Wir waren alles bei der Alles. Wir waren alles... Okay, rechts ist der Raum. Wir waren alle bei der Sexy Mark Herkens und haben da noch was getrunken und so. Ja. Kann man so ungefähr sagen, ja. Und da war ein Boy im Raum. Das war nicht auszuhalten. Das war ein Genuss für die Sinnesorgane. Der hat hier rochen... Wie ein Nirvana. Also Nirvana war der eine Tobis, der hieß der da. Der Max Hoffmann. Max Hoffmann, ey. Wer denn? Der Trottel da. Der Steffen. Nein, der auch da war. Hüso. Ja, Hüso war auch da, ja. Wow. Bei Mark Herkens kommt der Hüso, bestimmt bin der Bütze weit. Na, Sina! Hast du dich auch mal betrachtet? Hier muss ich auch mal gucken. Ja, Dominik. Hallo, guten Morgen! Zeig mal deine Augen, bist du noch wach? Ja. Todes, ne? Ich lege da zugekaufen. Nee, Joran ist auch voll geil. Joran ist auch voll geil! Der sitzt hier mit seiner Latte in der Haut. Dominik! Dominik! Man wollte doch fahren. Sina! Hallo! Wow! Wann für ein Bienchen am Straßenrand! Wow! Hey! Sexy, guck mal! Oldie in der Linke! Hammer! Mit der Feuer! Guck mal, hier so! Wow! Wow! Eine rote Ampel! Die Halle neben sich! Die strahlt man auf! Nee, das ist ja voll verscheißt! Ja, hier ist sie. Hast du da? Ich fand... Deine Kamera! Merkst du auch Erdbeeren! Ja, aber ich fand sie einfach farblich schön! Hier nochmal der Dominik Behlau dazu! All Dominik Behlau wants for Christmas ist Daniel Peters! Oh Baby! Und Steffen! Und Hüso in the mix man! Mit Merci! MÖR! Scharfes SI! MÖR! Der kleine Mörtel Stechowatté! MÖR! 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 Scharfes SI! MÖR! 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 Ja.. Da guckt zu komisch aus der Wäsch Wie nänt man das denn? Frau Schisi adam wollte das Video eigentlich online stellen Das kann ich jetzt vergessen! MÖR! Warum nicht da? Auch wenn wir geringfüglich Depending Schleuter am Herzin sind! MÖR! Du das rein, das Perry S.: Das εδώ re autor 날 oder? MÖR! 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 Und der Were verheiratet! De Art MÖR! MÖR! Mit der Schwule Toilette is der verheiratet!!! Der deutsche Rote Kreuz ist auch dabei. Kleiner Hai. Willkommen im Dschungel. Kleiner Hai. Kleiner Hai. Riesenhai. Riesenhai. Kleines Mädchen schwimm, 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 schwimm. Und Riesenhai. Mach euch was, Halligalli, auf der Straße. Yippie, yippie, yippie. Ein Doppeldecker Bus. Wow, hat der Sexappeal. Wow. Der ist ja hot wie 10 Seemänner, du. Umo. Umo. Oh no. Umo. Thee-Cheft. Der rechts. Dann mit Drucken. Wie drucken? Ja, druck dich aussen. Hey, tipptopp, Robi.